Oooooooooh Touch mine Moin Moin die Geilen Ugachin! Herzlich willkommen zurück zu LOL und zwar... Ja mit Verspätung, wie ihr es oben rechts seht, weil ich habe es vergessen Und ja... Ich spiele heute Situani im Jungle im Dwarf Pick, normal Und zwar habe ich dabei den guten LTT Marius mit Shen of the Topland Ja moin Der gegen seinen hasserfüllten Bruder spielt Also auf Shen jetzt bezogen und nicht auf ihn Guck dir das an wieviel... von dem Shadow weg, von dem Shadow weg, immer von dem Shadow weg gehen Hä? Denkst du ich bin dahinter? Ja, weil du gerade an dem Shadow gestanden hast Mit Rika? Die Hura hat mein Ding geklaut, fick dich Ist mir relativ egal Ich würde mich erst fighten Der hat zwar Ulti Der hat zwar Ulti Aber ob man mich fighten kann Aber ob man mich fighten kann Wisch nicht Wenn die irgendwie meine Ulti braucht oder so sagt das mal Komm doch ran Komm doch ran Du bitch Oh, Alter Scheiße Dreck ich jetzt, ne, ich krieg den, komm Was?! Nein 20 Leben Oh mein Gott 20 Leben, Alter Nur weil er noch seine Q von hinten getroffen hat Will euch im Ernst jetzt? Was willst du denn? Sieh doch weg! Ja egal, ich habe Schaden gemacht, das reicht Der Zettler war deine Scheiße Ich habe den Elis gefickt, da hat er schon den Ult deaktiviert Und der Elis lag ignited, springt zurück und trifft mich mit inner Q Und da hat er zwar einen Schleifer, aber ist halt mit der Ult zurückgesprungen Deswegen soll ich den noch geautotagnen Ich kaufe mir nur Titanic Hydra und dann gehe ich wirklich auf Rüstung, Alter Ich habe mich gar nicht wieder gepokt Durch die hässlichen Qs, weil das so ein Fernkampf-Q-Dings ist Oh no, verpiss dich doch endlich mal Alter, der Tuch ist so gut Ja, Kasa, willst du heute noch kommen? Okay, dann ist es jetzt eben mein, Blubuff Scheiß drauf Dann will halt nie Ja, weil... Der ist doch echt dämlich Nach Blubuff-Fragen und dann, nee, komm Und ich habe ihm gesagt extra, ja, du bekommst, du bekommst unseren Blubuff Weil ich habe ja den, von denen hier genommen Vor allem dann, ähm... Bleibt er schon stehen, so nach dem Motto, ja, ich schreibe jetzt was Weil er mir den Blubuff gesteilt hat Aber es ist doch egal, es ist doch egal Warte mal, ich könnte Top-Ganken, ich habe ähm... Ulti Naja, ich brauche wirklich mal ein Gank, Alter Das ist wichtig, wir können so eine einheitliche Ziele ziehen Oh Gott, da ist er Oh, ich habe den noch gedingst Kickt ihn! Nice Jaaaa! Ich habe zwar geflasht, aber er hat sein Ulti dafür missbraucht Ich habe auch mein Ulti gebraucht, aber das hat ja wenigstens noch was gebracht Jaaaa! Ihr werdet sterben, wir Wichser! Ihr werdet sterben! Slosis, slosis, slosis! Boots! Die kriegen wir nicht mehr Außer wenn sie dumm ist und wirklich hier bleibt, dann dreht ich sie noch mit innerer E Wenn sie sich nicht denkt, sie können hier noch was aus Nee, ist egal, ist egal! Geh, ich bin bereit! Danke! Warte mal, wenn er da ist Ja, da ist gerne Warte, ich bleib für dich noch mal Das ist ein bisschen... easier Das ist sogar noch hier gekriegt, kannst du weiter junglen eigentlich Ja Und ich klaue hier jetzt schön weiter die Buffs Ich habe ne 1, 1, 1, passt eigentlich bloß mein Farms richtig scheiße, weil der mich schüßt gepunktet mit den Kiens Der ist wieder da Dann lass ihn killen, komm Nee, ich geh jetzt weiter junglen Du bist ein Level über mir Ich muss immer... normalerweise muss der Jungle sich immer dafür... Ähm, darum Hier... Dingsen, dass er... Also darum sorgen, dass er immer Ungefähr das gleiche Level hat wie der Top-Lainer oder Mit-Lainer Also der Top- oder Mit-Lainer müssen eigentlich immer gleiche Level haben Ich bin sowas ein Tod Nee, der greift mich nicht an, für mich gut Nup! Ich finde eigentlich voll geil, dass ihr leistet so langsam ist im Jungle Naja, am Anfang glaube ich Ja, das haben wir ja gestern gesehen, wie schnell ich die gefickt hab Pio, komm mal bitte her, danke Hm... So, jetzt ist die... Golems Also ich find's voll geil, wie lange ich mit Sijuan im Jungle bleiben kann Weil sie einfach immer mehr Rüstung bekommt, je länger sie sich mit einem... also... während sie sich eben mit einem... scheiß Monster prübeln, ich hab schon wieder Ulti Ich bin 50 Sekunden Ich bin on Savai Ich sag es erst Zu spät hätte ich es gesagt Ja, du hast es aber gesagt Dann kam er aus dem Busch gehob Ist egal, du hast es wenigstens gesagt Es ist schlimmer wenn sie gar nichts sagt Man ist schön eh auch lecker Diese können auch lecker Nein, 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 nein oh mein Gott hat die mit von Leipzig die Kugel sein und die Hunde mehr konnten sie ist schon tot ich habe den St seit die Kinder noch zu leiden also und das in Tau Menschen ist schon stark ja so war eine Moral bei alt denn diese Autotext dort aber denkt an er kann nicht die Kilo die E-Von-Z-Blocken ich habe doch bloß Autotext dieses Feld und ich habe gerade wieder ich bin voll leid du hast ihn er freut sich weil er mich mit dem hier mit der Ulti getroffen hat soll er sich freuen ist mir scheißegal ich bin trotzdem back und er hat eine Ulti verbraucht einmal mal schreiben dass er jetzt keine Ulti mehr hat du bist tot da ist nämlich noch jemand aus dem Rudi es ist so wie aktiviert das oder soll gestorben so muss ja ja nicht wirklich jetzt sind sie kommen weil das mit der mit den Sekunden lassen wir schon gar nicht mehr anzeigen ich lasse um meistens immer bloß die Minuten und also Minuten schräg sich Sekunden anzeigen weil ich damit irgendwie besser klarkomme bei 300 Sekunden der Flasche fünf Minuten kommt besser klar wenn ich mir das so anzeigen darf mit mit sie sehen zu holen und unser Teamalter 10 4 da unten das ist aber gleich dass er das jetzt eben drei Kills davon hat er 30 werden 20 aber das ist halt selbst das ist seit hast du recht eigentlich müsste eine bessere kategorie ich mag sie trotzdem die hat einfach so haben auch dass ich sie es ist nicht so schlimm wie nautilus aber es trotzdem richtig hart also man merkt es wirklich wenn man gegen sich schon nicht spielt das ist ein schönes ist schon ganz in ordnung eigentlich ja aber denn der neue stelle suchen vielleicht ein bisschen schwerer insgesamt weil man muss ja normalerweise so daran denken dass man die q trifft also dass dieses schwert durch den durchfliegt treu geboten muss ich komme ich komme ich habe auch ulti das heißt wenn du ihn hittest kann ich die nächste mit der ulti abhalte abballern ob das wort genau kommen ein guter vorderloten das wort beim tordifen kann man glaube ich nicht richtig nur nur noch nicht durch wort guter wird es wieder davon da ich glaube ich bin noch ein mal ich glaube den weg aus dem aus dem und kann nicht stehen hat sogar ab das muss man uns bloß beeilen und alle schlampe da ankommt so so ist auch um die übrigen abtun die dort auch geht geht auch mit und vor allem eine menge von schon immer sie in sich vor und kann gegen den inform ja deswegen der dritte 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 ich mache ihm ja schon das ich habe es bekommen jawohl ich hab schon gedacht du hast das kreisende nähe so viel schaden macht die nicht wenn ich nicht unbedingt auf apg ich mache 150 schaden gerade mal hatte doch 200 leben und du musst die werte gesetzt wird in der reihe den ganzen down gemacht ja es kann ich mich auch bringt schon was hast du dich schon mehr oder was er darfst um den hat schon musste möglichst schnell aufladen also die hat schon musste wirklich schnell aufladen die 150 leben sind echt mega viel zwei sitzen und purpose to keep it interesting hehehe ok umgutten warte holy fuck 12 4 ja so sieht's aus junge aber der cinderhack ist voll op muss ich ganz ehrlich mal sagen ok ok das weit wieder jetzt dürfte sie denn eigentlich nicht klauen können obwohl ich bin auf dem weg oh ich hab nur gar nicht so gesehen so guck mal lol du schnitte ich hab vielleicht eh getroffen alter komm den krieg ich ne kriegste nicht doch ich hab gleich wieder eh nicht den triffst du damit aber nicht doch sie getroffen du du gott du gott ok ok ich hab nichts gesagt und habe ich dann auch gar nahrt das Leben gerettet und hat sogar noch zwingend auch crazy so bleibst du denn nicht dort ok komm du mit schnitt doch das er kommt in ruhe ich hab doch das biste im ruhe komm mit zum dragen du hilfst uns ha so bisschen schaden ablockt in den Fall so durften wir eigentlich schaffen also wenn wir das nicht schaffen sind wir wirklich nubig so so wollen wir Lux killen oder so ne die geht jetzt wieder mit naja deswegen Katsa Luxkamp Kass Luxkamp geiles Deutsch ähm was hol ich denn jetzt ich kloppe Fawson Hardware aber ich hab ist Trash bei Asriel wenn die kill ich den jetzt Trash war tot also theoretisch könntest du Asriel killen aber der hat sein eh bestimmt ne Trash ist hier also oh scheiße ok Morgana hat gerade seit ne ne der Ali's einen kill gegeben glaube ich oder was ne oh guck mal der Asriel alter der ist fast tot guck dir das an lauf 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 Trash ist ein starker Support Christian was hat denn Asriel auch gemacht ey Leis hat geklaut von mir ey guck mal bitte her schwer ich will nicht dass das beim Asriel steht das ist peinlich für mich ist das peinlich alles neben der rinnein durchs wasämlich die Fähigkeit machen um denusen vor sein zu töten aber ich hab in den den Faden bekommen okay dort ist irgendwo set Geil scheiße ich hab nicht getroffen Der hat auch nicht getroffen Warte mal so lange ich mich prügele könnte ich eigentlich glaube ich tanken aber ich Fuck you BITS So leicht triffst du mich nie Mein Freundchen Die Cure hat voll den hohen Grundschaden Wenn sie fighten wollen verlieren sie glaube ich Deswegen fighten Sony Mein Minion Gut Warte wie jetzt doch Ich lebe noch Ich lebe noch Ja das ist aber auch deswegen weil ich mich nicht mit irgendwas geprügt habe Schade aber ich hab dir wenigstens leben gerade Na ich hätte auch so überlebt Ich bin auf Wurlaufer und der hat mich während des Schilds nicht angegriffen Das war nicht Full Life Aha Das war jetzt nicht so rough Full Life bist du Interessant Ne Ich hab nicht gesagt ich bin Full Life Ich hab gesagt dass er mich nicht angegriffen hat während ich den Schild hatte Ja mich hat er angegriffen weil Jolti angemacht Vor allem vielleicht das wie immer bei Riku eine Sekunde und ich hätte es geschafft So jetzt holen wir uns mal dieses Tank Item Welches werden da gut Ich kann mir Schienen holen das das Alter ohne Spaß Wenn ich Deadman's Blade Zusammen Mit Schienen und dem Weg kombiniere da platzen alle Und dann die alles so Es wie geht auf Adi Ja Und aufpassen Du hast nur Lux Und ein Allies die Magic Damage machen Und Allies musst du aufpassen Lux auch Na du mal da Da hol ich mir gleich mal Schutzengel Weil Magic Gr Lenzen und Wustung Wollte doch erstmal gegen den Set, weil selbst der machte noch ziemlich viel Schaden hab ich gesehen Ja aber dann hab ich ja Schutzengel Die kennen den Talbot, nee Siehste? Und 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 Ochie Ich hab wieder Ulti Oder besser gesagt immer noch weil ich hab schon länger Worte gehabt Scherz, Schliez, Schliez, Schliez Meiner Du kannst doch immer den gegnerischen klauen, der kommt in 3 Minuten wieder Ich hab's da und haben wir gewonnen Jo, eindeutig Hast du irgendwie Halluzinationen, hast du irgendwas geraucht? Kann das sein? 3 Minuten durchpushen, alles gleich Locker, easy Die geben auf, Alter Das wäre vielleicht möglich, Alter 5 zu 6, wir stehen in der Craves 7 zu 0 Hm Zeit, Craves Alter, ich bin festgehalten Und die Lux hat hier eh eh nicht getroffen Hä, auch die Welt ist schön Ja oder, ja genau eh ok Ja, ich hab Lux schon eh nicht mehr gespielt Hier das hat sich getroffen und ich war festgehalten, der S hat ein Q nicht getroffen, wie schlecht die sind Ok, disengage, disengage, disengage Ich bin tot Ich würde mal sagen, es war Es war ein Versuch wert Guck mal, der Kasadig tötet noch einen Nein Ok, renn Guck mal, wo ich bin Das war ein netter Versuch, der leider fehlgeschlagen ist Vor allem der Z hat mich geultet, wie dämlich ist der eigentlich? Der ultet immer irgendwie den Tank So, jetzt habe ich aber Deadness played Jetzt rase ich auf die Gegner zu, ohne nachzudenken Komm ran Machst du dann sonst rum? Theoretisch schon Ja, aber vorher brauche ich hier diesen Harkstick Assault, um an die Gegner zu Oh Gott, Allies Allies, du miese Huber Miese Fatser Schön in die Wave stellen, Boots Oh, Allies hat mich gestunnt Dead Stun Allies Nein, drak Das ist nicht Barrow und Tagen Das ist nicht Barrow und Tagen Ich habe einfach mal die Lux und den Scheiß Typen gestunt mit meiner Ulti Und das war so mega geil Denn dadurch habe ich den Kill bekommen Hi Z, wie geht's? Wie geht's Z? Tschüss Ich gehe noch eine Runde Dschungeln Guck mal, seh wie der reinhaut die Web Alter Wenig Schaden Alter, wie schnell man ab der Ehe im Dschungel ist Also sobald man die Ehe hat, ist man ja richtig hart im Vorteil Hey ist nichts Vor allem wenn man die ganze Zeit im Hintergrund hört Ah Ha Ha Das hört man irgendwie die ganze Zeit Wobei ich die ganze Outfit denke Ja, hört man auch und ich sehe es auch gerade Ich weiß ja nicht mal, ob der Knock-Up so hoch ist So stark ist Also wie lange der Held Wahrscheinlich eine Sekunde, hä? Ich weiß es halt nicht Aber Topland ist Mist Da waren gerade Lux und Z Deswegen wird Schätze Oh, Blue, mein Blue, mein Blue Ich hab zwar schon den Blue, aber scheiß drauf Da ist Lux Du könntest den Red Reader kreisen Von denen Oh Gott, Z ist da, Z ist da, ich komme Komm, geh hier rum Und dann können wir den Red immer noch machen Okay, hier ist ein Wurf Hier noch eins irgendwo Okay, da ist das Lux Wollen wir die holen? Oh scheiße, sie hat mich gestern Diese, diese Bitch Mich hat so gestern, sonst wäre er schrang gesprungen Danke Wer scheiße gewesen wäre Hier, guck mal, wer ist Wer ist denn da auf der Top? Wer ist denn da auf der Top? Mein Ziel Oh Gott, blendet mich die Sonne Dann mach, dann mach Schalusier runter Oder was auch immer du dort hast Was ist denn da auf der Top? Was? Ich hab gar nicht Auf DUM Ich hab gar nicht Leicht überstarrt Okay, Krebs stoppt noch, schade Ich werde nicht tolerieren Du 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 Weißt du was, ich kann mir jetzt Tschumus Geist klingen Ja, wär auch gar nicht so schlecht Weil ihr seid ja jetzt mittlerweile Ein bisschen über die Attack Speed kommt Wie groß das Feld hier schon ist Und ich hab erst wo eine 26 Rüstung Jetzt muss ich langsam auf Magic Assist gehen Also echt mal Das ist echt krank Das ist super krank Mit Sejuani Hast du den neuen Champ eigentlich schon gekauft? Gin? Nö Wozu? Oh nein Wenn sie jetzt noch einmal auf ein bisschen nähere Umgebung rankommen würden Nö, 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 nö Irgendwie ohne sind selbst Komm mal Komm mal Komm mal Pass auf, die kommen auch Die kommen auch Die kommen auch Da, guck mal, da ist schon das Slow Die, guck mal, ich hab wieder nicht getroffen Das sind zu viele, Alter Die 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 doch einfach Jawohl, Junge Flash engage Wirf Aus den Schatten Aus den Schatten? Ich hab auch vielleicht eh gemacht und ich hab den gekriegt. Zumindest ich. Oh Gott, das ist die schlechte Jungs. Alter ohne Spaß 3, 1, 7. New Main Junge! Fünf, vier, zwei. Okay, die kann ich mittlerweile verkaufen. Ich weiß was was ich mache, einfach fast vor der Leute holen nur noch What of Ages. dann als last item bei magic resist bekomme ich einfach durch meine fighterei aber es stimmt gar nicht hat die olle es sind denn der denn der der wir werden euch alle fernichter ich hoffe den drängen kann den schaffst du nicht schaffst du nicht ich bleibe hier zum schon brauche ich akobat weil ich es dann hier bittschiff und nur vor allem ich wollte ich denke ich wollte ich denke ich wollte es ist egal muss ja deswegen die sollte sinnlos verbrauchen eigentlich wollte ich den Traum holen Scheiße, Scheiße, ich dachte das... Was tust du? Warum? Warum tust du so? Das ist wie, wenn ich mit Kalista mit Absicht ohne Zähne umzutrollen. Zum Beispiel Kill wegzunehmen. Ja, das funktioniert ja aber nicht. Da musst du ja schon den Supporter versuchen, den Kill wegzunehmen, weil ich glaube nicht, dass du einen Mitlehrer im Early Game mit dem Scheißding anhötest. Es sei denn, du hast... Umzutrollen. Ey, ohne Spaß. Malphite als Support mit Kalistae. Doppelknockup. Na ja. Ich denke, dass dir niemand hilft. Ja, okay, ich höre doch, Magikus. Das tat weh. Das tat ein bisschen weh. Das scheiß Ding. Oh no more fuggers. Der hatte Bock, irgendjemand einfach so schafft, vor der Leute zu holten. Aber ich will sie gerade ziemlich low, so heißt der Engage wird ziemlich ziemlich... Nur bis dahin. Fokus mal, Alter. Eigentlich. Ja, guck mal, er hat gielt, er hat gielt, er hat gielt. Ja, und ich hab Lux gielt. Ja, sehr gut. Die kann, die kann nicht weg. Ich probiere mich gerade, dass wir alle sehr, sehr low sind. Ich hab irgendwie Bock, den zu ehem, aber treff nicht. Er hat geflasht. Wattenloop. Ich pushe den Bart raus, ganz ehrlich. Mit Craves. Pass auf, pass auf, da kommt jemand. Ich bin schon. Guck mal, ich werde überleben und der Kassel, den bekommt einen Kill. Ja, ich sterbe nicht. Weil, das Geile ist, der Z hat sogar geultet, um mich zu killen, aber hat es nicht geschafft, weil er zu schlecht ist. Komm mal, bitte, mehr Energie. Ich brauche Energie. Ich brauche Energie. Wieso habe ich keine Energie? Wie, so kostet das denn zu viel? Wie, so kostet das 180? So. Pro 180 Energie kostet es, sind bloß. Alter, ich bin so fucking tanky. Das ist voll geil eigentlich, also die Kombination zwischen Eisbogen und dem Deadman's Blade ist gar nicht so schlecht. Alter, der Grundschad. Der Grundschad, alter, der W-skaliert und auch mit Leben. Der Kult wird nicht vergessen. Am Weg! Okay, den Baffel, ich hab. Ein Mussetfussen, liegen. Ja, fast. Guck mal, was dich drénd er Christ geschrieben hat, Pablo. Baran. Ja, okay, ich habe aber bei erst 30 Sekunden mein Zmeid-Spiel da, aber ist egal, denn wir wurden hier, und dann wurde ich hier. Ich wollte noch 10 Gold, dann komme ich. Du kannst ja auch einfach ulten. Ja, zum Beispiel. Ich lasse es so nicht zu fallen, wir sind so schon ziemlich gut im Puschen. Jetzt haben wir schon Baron, also... Ha, der Deutsch. Ha, zwei Fläche sind sie draus! Leute, Shen, Shen, Shen! Ich bin so low, ich habe alles abbekommen, allo, Ulis. Ja, ich auch, und guck mal, ich habe auch alles abbekommen. So, no, 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 okay, sie macht mir Schaden. Ich will überleben! Scheiße! Jawohl! Der Seid hat mich nicht bekommen! Dead Bitch! Der Seid hat mich nicht bekommen, sehr gut. Top-Lean, Top-Lean, Top-Lean. Äh, du solltest dich nicht töten lassen, du bist der Einzel, der noch Barion hat. Und die kommen gerade bot. Guck mal, einfach Hydra an, während du die Q hast, und dann ist es easy. Guck mal, mehr, mehr Form auf du. Ich glaube, du brauchst wirklich viel mehr Tankiness. Hörst mich doch. Ja, noch mehr. Ne, ich geh wieder jetzt so full Tank. Ich wollte bloß die 2-Ali hätten. Scheiße, die haben den Drake. Das war aber der erste, den die haben, oder? Aber den kann ich nicht aufgeholt. 26, 24, der am Anfang standen 16, 4. Ne, 16, doch. 16, 4. Den kann ich nicht aufgeholt. Wenn die anstehen. Pushka Top mit Baron, Alter. Braum! Da kommt der Nächste! Ich werde nicht Toleraten. Ich werde nicht Toleraten. Du bist nicht 101, du bist nicht 101, du bist nicht 101, du bist nicht 101! Alle Knallen kommen ran! Du entkommst mir nicht, Bitch. Du entkommst mir nicht. Ich hab nämlich die harteste CC. Junge. Das ist so krank. Das ist so krank, Junge. Notiert schon kein Barrel mehr jetzt. Die Lux hat gerade einfach so geholt, da hat niemand getroffen. Naja, wahrscheinlich um die Minus zu killen. Nene, die wollte uns später aufhalten und pushen. Ist egal, ich push jetzt weiter mit. Ich muss unsere Minus vorantreiben. Okay, ich mach nichts. Alter. Die hat so einen Wavekiller, die Olle. Die Alte. Die Alte ist so hart. Ganz ehrlich. Du, äh, hier, hier, der Springer rüber, das bringt. Och, Mann. Ohne Spaß. Das war so klar. Das war so klar. Wieso, wieso denkst du nicht nach? Hey, ich wollte den Imprung eh. Aber es geht nicht, weil der da weg ist. Ja, außerdem Imprung, wenn du ihn vorher noch triffst, die Animation doch trotzdem ausgeführt. Hier, guck mal, ich hab auch getroffen. Der wurde genockt, aber er war schon weg. Der war nicht AFK, der war nicht AFK, der war Dauerstun. Ja, der war, der war Dauerstun. Du sollst jetzt wegklauen. Komm, ich hab mich mit Teleporten geholt. Oh, more over. Der ist wie alt. Der ist wie alt. Der ist wie alt. Der ist wie alt. Mach schon mal. Hab dich getroffen, oder? War ja ex. Aber du bist geäußt. Der Sattestkarte daneben, das ist natürlich sehr, sehr scheiße. So soll ich heute benutzen, so der Teleport. Mach mal ein bisschen. Und dann mach lieber Teleport. Der kommt. Oh Gott, der ist wie alt. Oh Gott, der ist wie alt. Oh Gott, der ist wie alt. Der hat mich mit der fucking Gold getroffen. So, jetzt kommt das fette Rindsch. Jetzt kommt das fette Wildschweig zu euch. Okay. Ich hab den Tower gemacht, hab alles getankt, selbst die Gegner und bin trotzdem noch mehr gekommen. Soll ich jetzt einfach reingehen? Backdoor machen und du machst Ulti. Ja. Ja. Wir sind so Tanki. Guck mal, ich hab jetzt gleich warm aus. Wie Tanki bist du? Geh noch hin. Und mich. Ich will doch. Oh Gott, schocken. Schocken. Ja, egal. Man hätte es noch versuchen können. Guck mal, sie haben alles gemacht. Ja, und du bist Tanki. Ja, und du bist Tanki. Wie sagen die uns so schnell gegenseitig ist? Gibt's Normen? Weil sie so fünft waren. So. Fünft. Das beinhaltet den, den Spruch, dass sie komplett waren. Weil der es wird jetzt erst sein Muramana fertig. Vor allem, das Blubild, den Blubild es wie den Packen sie jetzt irgendwie alle aus. Alle. Außerungslos. Wieso, das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Das Blubild... Aber der Blubild ist stärker. Ja, ist er ja auch, aber der Blubild S-Wheel hat einen verdammt hohen Damage Output so ab, ja, 30. bis 40. Minute. Ja, aber APS-Wheel tut 30. 40. Minute schon mal nicht mit einer Kombo unnohlt. Ja, und? Ja, und? Der ADS-Wheel überlebt aber länger. Weil er sich ja mit dem Q ein bisschen gegenheilt. Naja, das kann man sehen. Ja, er heilt sich gegen. Mit dem Q, weil es als On-It-Effekt gewertet wird. Ja, aber aber er ist bis trotzdem irgendwie stärker. Ja, aber er ist nicht so. Ja, wir sind noch dran gekauft, das. Bis zum Fett ist nicht schon. Aber ich bin so. Schau mal, ich bin so noch dran gekauft, das. Bis zum Fett ist nicht schon. weggeschlagen, ohne dass er sein E machen konnte. Obwohl, wir können enden. Der Set ist tot. Wir können enden. Easy. Go! Oh, den Nibitum müssen wir machen. Ist egal. Ich bin unterwegs. Ja, den haben wir ja ganz schön schnell gemacht. Ich ulte. Ja, schade, ich hab keine ulte, aber ich danse. Hey, ich wollte danzen. Ich hab nicht gedanced, wieso? Okay, Leute, das war auf jeden Fall wieder eine weitere Loll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.